Hi Leute, hier ist Felix von Iron Athletics. Ich war mal wieder den Eintag mit dem Micha unterwegs. Grüß euch! Ja, um euch einen Trainings-Tipp zu zeigen. Und heute soll es mal gehen ums Waden-Training. Also es gibt ja nicht die perfekte Trainings-Methode, aber ich wollte euch heute mal zeigen, wie man so die Waden wirklich komplett fertig macht. So, als erstes fangen wir an, unsere Waden zu bearbeiten mit schweren Gewichten. Welche Übungen ihr dazu macht, was ist euch überlassen? So, und jetzt kommt der eigentliche Tipp. Wie gesagt, es ist kein Geheimnis. Es handelt sich hierbei eigentlich erstmal eigentlich nur um einen Supersatz. Und darum soll man es auch schön schwer machen, weil wenn es leicht wäre, würde es jetzt nicht klappen, damit man nochmal nachpuppen kann. Also ihr macht schön schwer. Und wenn ihr dann fertig seid und keine Wiederholung mehr schafft mit schwerem Gewicht, sucht ihr euch irgendwo in euren Studien eine schöne Erhöhung. Drückt euch, so wie hier am besten, so wie ich sie gemacht habe, werdet euch am besten sich nochmal schön ein bisschen runterdrücken und dann einfach am Stehen schön Waden hier machen. Und das brennt dann nochmal richtig schön nach. Nach dem Waden-Training kommt ihr auch mal ganz gut nochmal selbst springen. Der herzumorgen. Und dann müsst ihr es aber so machen, wie Micha das macht. Weil Micha ist jetzt genau über die Waden gesprungen. Ich habe es jetzt hier an der Stelle mal so mit Absicht mal in Anführungsstrichen falsch gemacht. Ich bin jetzt schön gesprungen über die Oberschenkel und es ist aber nicht der Trick dabei. Also richtig gut ist es, wenn er wirklich euch konzentriert und so wie ich es jetzt mache, nur über die Waden springe, also wenn man nur die Füße anhebt. Und das ist auch nochmal richtig hart drin. Und Seilspringen ist immer eine gute Übung für die Waden. Und nicht nur für die Waden, sondern auch für die Konditionen. Und am geilsten ist es wirklich, wenn ihr daran Spaß habt. Also springt eine Weile und versucht hier ein paar Tricks einzubauen, sodass es euch Spaß macht. Das war jetzt unser Tipp an euch. Versucht es einfach mal. Macht eure Waden richtig schön kaputt. Vergesst die Krücken nicht. Weil es könnte sein, dass ihr danach nie mehr laufen könnt. Ja, das kann passieren. Ja, morgen werden schön Schmerzen gemacht. Also Leute, versuch es einfach und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020